Wir haben uns entschieden, den ganzen Gebäudekomplex nach LEED Version 4 zu zertifizieren. LEED deckt acht Themenfelder ab, wo es einerseits Muss-Kriterien gibt und andererseits Punkte, die man erarbeiten kann, um dann den entsprechenden Level zu erreichen. Wir streben LEED Gold an. Die Themenfelder sind einerseits Standortqualität, Erreichbarkeit, ÖV, Velowäge. Es ist aber auch die Frage, wo baut man hin, auf die grüne Wiese oder schon in einem Bereich, der schon gebaut worden ist. Er deckt das ganze Thema Wassermanagement ab, alle Materialien, so ist das Thema, dass man viel Holz auch einsetzt aus nachhaltiger Produktion. Wir verschwenden keine Energien. Wir brauchen sie immer nachher und was wir aber brauchen, produzieren wir mit unseren grossen PV-Anlagen selber. 40 Prozent von diesem Verbrauch können wir generieren für das ganze Ensemble inklusive einem Restaurant, wo wir zwischen 700 und 800 Mittagessen pro Tag rausgeben. Warum haben wir LEED gewählt? LEED ist für uns eine messbare Zertifizierung, wo wir unser Bekenntnis zum schonenden Umgang mit Ressourcen, aber auch unser Bekenntnis, dass wir eigentlich eine gesunde Umgebung unseren Mitarbeitenden bieten wollen. Die nächsten Schritte sind, dass alle Unterlagen im Moment von einem Spezialisten gesichtet werden und anschliessend in der Zertifizierungsstelle eingereicht werden, sodass wir im Herbst dieses Jahr mit dem Zertifikat LEED Gold rechnen dürfen.